Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. So, wir gehen jetzt erstmal unser Erzschmelzen, das wir so toll gefunden haben. 13 Stück haben wir, das ist super. Da können wir dann einiges draus basteln und ich werde mal einen Teller nehmen. So, so. Wir werden, wo ist er denn? Teller? Ja, ähm, ich finde gerade meine, also da, meine Güte, kann ich schon suchen im Inventar, wenn er da vorne liegt. Ich möchte gerne eine langvermisste Pilzsuppe essen, so, die habe ich schon lange nicht mehr genossen. Ja, so, passt und die stellen wir einfach wieder zurück ins Regal. So, dann wären wir, was machen wir noch? Wir haben keinen Zucker, wir haben eigentlich gar nichts mehr. Fischtechnisch habe ich auch nichts mehr, habe ich alles schon verfuttert, weggefuttert. Das heißt, ich werde hier ein paar Beeren noch naschen. Ich glaube, ich werde da bald ein Hundertot sterben. Das wäre gar nicht gut. So, ja, ja, ja. Jetzt kommen wir mal ein bisschen über den Berg. Und hier braucht es eben auch noch ein Zettel, bis es fertig ist. So, na jo. Hm, hm, gut. Das dauert noch, das dauert noch. Okay, Laub wollte ich eigentlich schneiden. Ähm, das Eisen ist eh im Ofen. Das braucht eh eine Zeit. Jetzt wäre es echt schön, wenn es Tag wäre. Tag, Tag, Tag. Tag, aber den Gefallen tut es uns leider nicht. Somit, ja. Warte, werde ich noch vorher so ein Zeug wegräumen. Das brauchen wir, Entschuldigung, ich verdumme ich da immer. Das brauchen wir ja nicht. Den Knochen tun wir auch da rein. Äh, dann Kohle habe ich wieder gefunden. Also, wir haben Kohle gefunden. Feuerstein, den tun wir auch hier rein. Die Ziegel tue ich derweil auch wieder da weg. Äh, die Pfeile waren, glaube ich, hier drinnen. Richtig, halt. So, die Pfeile und, äh, Kies und Linksstein. Das war hier, glaube ich, drinnen. Jawohl. Kies hatten wir noch gar nicht, oder? Ich packe ihn mal hier hin. Und den Marmor, den haben wir, glaube ich, da. Wunderbar. So, das Schwert packe ich mal hier hin. Die Axt kommt noch da hin. Machen wir so. Ja, die gute Spitzhacke tue ich auch wieder verstecken. So. Und ich glaube, dann können wir auch schon wieder weiter. So. Ich höre da nämlich eine Spinne. Da ist sie schon. Komm her, du Mistviech. Da ist noch eine. Du, kleine Fäden. Ich bin mal weg. Das sind zwei Fäden. Ich bin schon weg. Wir gehen jetzt Angel bauen. Angel, Angel. So. Falsche Truhe. Hier, ich glaube, wir brauchten drei, ne? Wo waren... Warte. Ich habe schon vergessen. Hier sind die Stöckchen. Eins, zwei. Ich glaube, das war so. So. Sofort eine Angel gebaut. Ich glaube, das war so. Eins, zwei, drei. Falsch. Da waren das zwei und ein Stangetl mehr. Da war das so. Ich werde mir das niemals merken, ihr Lieben. Niemals. Niemals. Genauso wie ich mich nicht merke, in welcher Truhe was ist. Das ist traurig, ich weiß. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt haben wir es. Jawohl. Hurra. Eine neue Angel. Wie schön. So. Dann falsche Truhe. Hier. Hier kommt der Faden wieder rein. Und das Auge. Super. Da kann man schon wieder fischen. Ich freue mich. Ika freue mich. Gibt es hier noch Spinnen, die eine aufs Maul wollen, zufällig? Nein. Dafür ein Zombie, Creepernhaufen, noch mehr Zombies. Ich glaube, wir gehen fischen. Ich glaube, wir gehen fischen. Ich lasse das noch mit dem Baum schlachten. Das ist mir momentan noch ein bisschen zu gefährlich. Das Hühnchen badet da drüben wieder. So. Leg sie weg. Papara, 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 hü-hü-hü-pf. So. Einmal kurz umgeklupscht. Kein Gegner hier. Passt. Können wir fischen. So. Sauber. Jetzt haben wir noch eine zweite Angel. Ach, wie schön. Wie schön. So. Fischi, fischi. Einmal im Part muss gefischt werden. Das gehört sich so. Ah ja. Es tut mir ja selber leid. Gut. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Fisch? Komm, komm. Komm, komm, komm. Jawohl. Nein, nicht erwischt. Du spinnst ja. Warum denn nicht? Ah, jetzt kommt er. Jawohl, jetzt haben wir ihn. So, der nächste. Kommt er schon? Nein. Jetzt. Jawohl. Und der nächste Fisch. Ich habe zweimal denselben. Ohoho. Auch nicht schlecht. Was ist denn da drum gerade geschwommen? Das war ja komisch. Der Fisch da. Oder was das ist? Hui. Boah, die Angel hält lange. Super. Das freut mich gerade. Glatt, glatt. Und, wo kommt er? Das Fisch? Wo ist er denn? Gleich wird er kommen. Bestimmt. Bestimmt. Ganz bestimmt. Mhm. Ja. Jetzt. Jawohl. Die Angel geht immer noch. Ein Wal. Schau mal da hinten. Da, da, da. Ist ein Wal. Weg ist er. Nein, die hat mich gesehen. Ich verstecke mich. Juhu. Und die Angel ist kaputt. Zum Glück haben wir eine neue. So, jetzt fischen wir ein paar Minütchen und dann hauen wir ab. Wenn wir nur mehr zwei haben von diesen Hungerdingens, haue ich schon ab. Jawohl. Einer vielleicht noch. Und dann lassen wir es mal gut sein. Dann gehen wir nämlich Baum schlachten. Passt. Das muss gut sein. So, jetzt haben wir ein bisschen was. Ui, Leder haben wir auch bekommen. Sauber. Das muss gut sein. Wir gehen. Hm, soll ich gleich? Nein. Nein, nein. Wir gehen zuerst essen kochen, essen einen Fisch und dann gehen wir Baum schlachten. So machen wir das. Da gehört auch einer her. Haben wir noch Erde? Nein, haben wir nichts mit. Das schaut nicht so schön aus. Oh nein, nein. Das ist so gemein. Was ist da hinten? Also die Farke. Ich dachte, ich habe rote Augen. Ich dachte, ich hätte rote Augen gesehen. Das wäre eine Spinne gewesen und dann hätte ich sie glatt verhaut. Ja. So. Servus. Juhu, die Eisenbahnen sind fertig. Das heißt, Fischi kochen. Mhm. Was ist eigentlich das? Eisengitter. Aha. Ach so, natürlich, weil ich Zaun, ne? Ja, schlau. Schlau, 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 schlau. So. Zuerst die einzelnen und dann nehmen wir die zwei und dann passt das schon. So. Und jetzt kommt der rein und dann die zwei und dann passt das schon. Dann können wir inzwischen schon mal den ersten Fisch verknuspern. Und dann schauen wir, wie es unseren Garten geht, der irgendwie nicht weiter tun möchte. Ach, dieser Schlingel. So. Dann hauen wir uns gleich mal einen weg. Oder zwei. So, das reicht schon mal. Fürs Erste. So, Fischi. Einer ist fertig, der Zweite braucht noch. Dann seid ihr... Na, die sind noch nicht ganz fertig, glaube ich. 71. Warte, die wachsen so langsam. Wir haben Hunger. Hunger. Wachs schneller. So. Gut. Also, gehen wir Baum schlachten. So. Irgendwie möchte da unten noch keiner wachsen, habe ich das Gefühl. Die wollte ich eigentlich stehen lassen. Was macht denn mein Grabstein da? Lol. Die wollte ich eigentlich stehen lassen. Da würde ich schon lieber den da vielleicht weghauen. Ah, ja. Ich glaube, den hauen wir weg. Weg damit. Weg damit. Ah, warte noch. Den lasse ich noch. Den muss ich noch ein Stück nach oben. Das macht das Laub kriegen. Huch. So wollte ich das nicht. So und so. Und dann die schnipp-schnapp. Hui. Langsam. Dann wieder das glatte Lecken anfangen. Das geht aber nicht dazu. Und dann wieder da. So. Ich schnipp-schnapp. Warte, warte, warte. Ich schnipp-hups. So da. Ich schnippse da. Ich schnippse da. Schnapp. So. Schön weg mit dem Bauch. So. Huch. Jetzt war ich wieder runter. Genau. So muss das ausschauen. Okay. Die Schere ist weg. Das heißt, ups, es liegt ein bisschen. Auch jetzt ohne Shader mittlerweile. Schnell eine Schere gebaut. So. So. Das ist schon mal nicht so schlecht. Glaube ich. Ach, hui. Tapp. 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 So. Der Rest wird eh kaputt. So. Und weg damit. Keine Sorge, wir haben noch eine Axt mit, Gott sei Dank. So. Und dann gehen wir fröhlich einsammeln. Huch, es liegt. Es liegt, es liegt, es liegt. Wahrscheinlich lädt es da hinten gerade. Huch, es liegt, es liegt. Huch. So. Gleich haben wir ihn fertig. So. Das war zu früh. So. Huch, langsam. Nanu, was hat er denn? Warte mal. Machen wir mal so. Nicht irgendwie Schluck auf. Geht's jetzt besser? Naja. Nicht so wirklich. Ah, jetzt wird's. So, und jetzt können wir einsammeln. Plub, 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 plub. Plub, 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 plub. Plub, 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 plub. Mhm, okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie hat er gerade übelste Legs. Ich hab keine Ahnung warum. Plub, 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 plub. Blub, 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 blub. So. Dann hier noch und da noch. Und hier liegt auch noch was. Und hier und da irgendwie voll komisch, als wenn mich jemand zurückhalten würde. Wir wollen das nicht mehr sehen, Zocki. Ach so. Ja dann. Da oben haben wir noch ein bisschen Laub. Alter. Ach so, ich bin so doof, ich hab Hunger. Ja, natürlich. Als wenn mich jemand zurückhalten würde. Ja, das ist, wenn ich erschöpft bin. Deshalb geht nichts weiter. Meine Güte, ich vergesse immer auf das zu schauen. Jedes Mal. Das ist, ich werde es mir nie merken. Niemals nicht. Meine Güte. Ach, wird schlecht. Das macht ja eh schon Anmerkungen, dass das, ähm, dass ich schon am Verrecken bin. Und ja, ich schnall's immer noch nicht. Das ist hoffnungslos. Es ist einfach, es ist einfach hoffnungslos mit mir. Das hab ich schon lange, das hab ich schon lange verstanden. Das ist bei mir da, ja. Dass ich das nicht hinkriege. Ach so ne Scheiße, ey. Ich werd nie irgendwie so 30 Punkte oder so kriegen. Erfahrungspunkte. Das kann ich mir auch schon abschminken. Ach so, jetzt hab ich verkehrt gemacht, ne. Die gehören hier drauf. Die gehören da. Mann, 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 Mann. Dafür haben wir haufenweise Laub. Das reicht mal fürs Erste. Ja, ja, ja. Die Doofheit siegt schon wieder bei mir. Es ist, ich kann's ja selber kaum glauben. So. Dass ich mich jedes Mal so dämlich anstelle. Also, weg damit. Passt. Ach, Mensch. Und es wird schon wieder dunkel. Ist klar. Ist klar. Natürlich. So. Das passt aber in dem Fall sogar gar nicht mal so schlecht. Weil wir ja eh weiterbauen möchten. Oder besser gesagt, ich halt, ne. Mein, Mann, Mann. So. Haben wir noch irgendwas im Ofen drin? Nein. Ich werd mal ein Fischlein verknuspern. Ja. So. Das muss. Ja. Alle weg. Sehr gut. Ach ja. Und hier wächst nach wie vor nix. Ja. Also nix weiter halt. Gut. Dann will ich's. Ja. Was war das jetzt? Halt. Stopp. Langsam. Äh. Was machst du das Spiel? Klick dich wieder ein. So. Dann würde ich sagen. So. Da. Und hier. Und so. Und so. Tap. 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 Oh. Warte. Das war nicht zu schlau. Das war nicht zu schlau. Na komm. Jawohl. Und so. Genau. Und hier kann dann auch schon mal ein bisschen. So. So. Pff. Alter Schwede. So. Ich und meine Bauvorhaben. Na ja. So. Ich glaub. Ja ja. Das schaut schon nicht so schlecht aus. Gut. Dann hier. Bitte. Jawohl. So. Und so. Jawohl. Dann muss ich hier leider schon mal rauf. Ah. Leiter hab ich jetzt vergessen. Der Leiter hab ich vergessen. Wie kann ich nur? Böse. Ist okay. Böse. Ist okay. So. Dann. So. Irgendwie dann mal. Ähm. So. Dann kommt hier noch. So. Ich glaub so müsste das passen. Dann muss ich da nochmal nachschauen. Auf jeden Fall kann ich sowieso mal hier bis da. Das darf ich sogar. Das ist nicht verkehrt. Du aber eigentlich schon. Wahrscheinlich. Bö. Ja. So geht's auch. Ach ja. So und so. Und so vielleicht. Und hüpf. Und dann hier noch dicht machen. So, 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 so. So, das hätten wir schon mal. Dann noch hier draußen, langsam, nicht in den Tod stürzen. So ist fein. So, dann würde ich sagen, ich muss trotzdem nochmal eins runter, weil da gehört nochmal eins dazu. So, umtauschen. So würde ich sagen. So, und so. Dann haben wir hier so und so. Ja, das schaut vielleicht gar nicht mal so doof aus. Wah. Ich sagte ja, vielleicht. So, und so, und so, und so. Tap, tap, tap. Na, tap, tap, und tap, tap, tap. So. Mhm. So vielleicht. Wah, 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 wah. Dann hier noch so. So vielleicht. Dann hier so. Dann kann man noch da so machen. Und hier so. Ein bisschen. Ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. Hier draußen. Gehört dann hier. Tap, tap, tap. So, 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 so. So, und so. Und, ich glaube, da noch einen. Dann müsste das hier auch schon mal passen. Vielleicht noch eins mehr. Hm. Eins mehr noch wahrscheinlich. Das wollte ich so nicht haben. Warte. So. Der eine muss weg. So, glaube ich, könnte es was werden. Hm. Wobei, hier gehört noch einer her. Wah, nicht lecken. Da noch einen. Zack. Und da noch einen. Zack. So, ich glaube, jetzt schaut es nicht so schlecht aus. Jetzt schaut es, glaube ich, nicht so schlecht aus. Da können wir hier noch einen bauen. Da drüben noch einen. So. Dass es ein bisschen verwachsen ausschaut. Vielleicht so. Kann ich mir vorstellen. Schaut sicher nicht so schlecht aus. Ich weiß, hier wirkt es etwas komisch. Aber das ist schon fast mit Absicht so. So. Fein. So, außen und herum hätten wir es schon mal. Hier haben wir mehr angebracht. Da drüben müsste normal noch eines dazugehören. Jawohl. Wah, langsam. Gut. So. Da muss ich noch eins ran bauen. So ungefähr. Na, so wollte ich eigentlich. So. So und so. Und vorsichtig. Na. Äh. So. Macht nichts. Ähm. Kann man streng sehen auch noch so machen. Das passt noch. So. Kann man hier auch ein bisschen was runterwachsen lassen. Das wird auch noch passen. Diese Seite hier haben wir auch nur zwei. Okay. Da brauchen wir auch noch ein drittes, um Gottes Willen. Da geht es etwas tiefer. Aha, okay. Jetzt etwas. Ja, die mittlere wollte ich eigentlich haben. Die hier. So. Ich hoffe, ich mache da nichts verkehrt. Ich mache was verkehrt, ne? Ich baue mir da das, äh, unten das Dingens zu, ne? Dann muss ich es doch hier oben machen. Halt. Nicht so. So. Jawohl. Und hier wollte ich noch ein bisschen ran. Genau. So. Halt. So. Genau. So. So vielleicht. Dann kann ich hier nochmal. Hier da wegnehmen. So, ja. Und hier nochmal so. So. Fall mir jetzt nicht runter, mittel. So. So, vielleicht. Ich glaube, das, wow. Ich glaube, das könnte passen. So, wir haben es hier. Ja, da haben wir das schon repariert, glaube ich. Ich hoffe, das geht so einigermaßen gut durch. Dann machen wir den noch kaputt. So. Ich glaube, ich glaube, das kann man so vielleicht sogar lassen. Gut. Mhm. Ich könnte hier aber auch noch eine Art Säule bauen. Nur mit Laubschau so. Bäh. Dann wirkt man halt ein bisschen versteckt. Und dann sieht man da um die Ecke nichts mehr, ne? Aber wäre vielleicht sogar recht hübsch. Vielleicht. So. Na schön. So. Gut. Das hätten wir jetzt auch mal. Ah ja, stimmt. Da außen. Die Seite ist fertig. Das muss ich. Da muss ich jetzt noch ein Stück rauf. Ich brauche Leitern. Oh. Leiter. Ich muss Leiter bauen. Leiter muss ich Leitern bauen. Ich glaube, die ist fertig. Ja. Die erste Baumwolle. Voll super. Zwei Stück. So. Wie machen wir da jetzt Fäden draus? Ah, da kann man Säzlinge machen. Ja, na logisch. Äh, warte. Äh, Baumwolle. Das will ich jetzt nachschauen. Was man jetzt alles daraus machen kann. Baumwolle. Man kann gewebte Baumwolle machen. Säzlinge, Baumwoll, Pflanze. Baumwolle. Kerzen, Nuss, Beere, gibt auch Baumwolle. Okay, und gewebtes. Gewebte Baumwolle. Faden. Zwei Fäden gibt gewebte Baumwolle. Und was kann man aus, was kann man dann damit machen? Ich wollte eigentlich wissen, wie man Fäden machen kann. Ah, das geht nicht mit Watte. Oh, schade. Hatte ich gehofft. Also mit Watte. Mit Wolle halt. Und ein Bett geht auch nicht. Schauen wir mal. Mit Bett. Na, Bett geht nicht. Das Bettchen. Das haben wir da. Bett des Zimmermanns. Orangwolle und Block des Zimmermanns. Aha. Ist das dann was Besseres? Vielleicht kann man, wartet mal. Wenn man, ich warte mal, bis wir vier von denen haben. Loll, das kannst du ewig machen. Ich warte mal, bis wir vier von denen haben. Wenn ich vielleicht vier zusammen tue, vielleicht gibt es dann einen Wolle-Block. Das wäre echt super. So, dann warte ich noch. So, da haben wir eine Beere. Da ist eine Beere. Oh, da ist noch nicht fertig. Ja. Die Himbeere ist fertig. Super. Super. Bist du auch schon fertig? Nein, der braucht immer noch. Die Gurken sind beide noch nicht fertig, ne? Nein. Salat ist immer noch nicht fertig, nehme ich an. Natürlich nicht. Aber er ist immerhin schon mal gewachsen. Ich glaube, die brauchen einfach lange. Das wird es sein. Wahrscheinlich. Die werden einfach so lange brauchen. Die Geduld muss ich haben. So. Das Laub haben wir schon wieder fast komplett aufgebraucht. Krass. Gut, dann werde ich mal die Baumwolle. Ich weiß, das ist eigentlich Handwerksmaterial. Den Apfel haue ich da rein. Den Schwammerl haue ich rein. Den Rest behalte ich mal zu essen. Was ich auch gleich machen werde. Und dann werden wir hier einfach die Baumwolle dabei reinschmeißen. Würde ich sagen. Das Leder kann man auch reinpacken. Haben wir sogar schon zwei. Können wir vielleicht sogar bald mal uns vielleicht unser erstes Buch bauen. Oder so. Ich verschläge noch schnell eine Beere. So. Der Rest ist Notreserve. Kann ich eigentlich stehen lassen da. Äh. Nicht wegschmeißen. Ich wollte was anderes ausrüsten. So. Okay. Was wollte ich noch machen? Stimmt. Ich wollte jetzt oben am Dach meine Stimme versagt. Wollte ich noch ein bisschen ausbauen. So. Gehen wir nochmal ein Stück rauf. Ach ja. Die Leiter bauen. Ich bin zu doof. Die Leiter bauen. Da haben... Ach. Baum brauchen wir nicht. Wir haben jetzt zwei. Die zwei nehme ich mal mit. So. Huch. Ja. Irgendwie so. Perfekt. Die zwei nehmen wir mit. Machen wir so und so. Und zack. Und zack. So doch nett. Da will ich sie hin haben. So ja. Sehr gut. Perfekt. Dann können wir hier noch. Eins. Zwei vielleicht mal. So. Ja. Und hier oben. Einfach nur. Wollte ich einfach nur hier so an den Ecken. Oder ein bisschen weiter drinnen. Vielleicht da so. Nochmal eins weiter rein. Wollte ich da noch so ein kleines Dach bauen. Nur so für den Ausblick. Jo. Also hier kommt da noch einer hin. Und da. Aha. Hier bin ich noch gar nicht. Oder doch. Sind wir hier voll? Nein. Jetzt aber. So. Mal schauen, ob mir das gelingt. Jetzt bin ich halt am überlegen, ob ich wirklich diese... diese Holzklötze da nehmen soll. Oder ob ich Säulen machen soll. Mit einem Zaun rundherum. Also die Zäune halt, ne. Die kann man ja zu Säulen bauen. Das wird wahrscheinlich hübscher. Und dann würde ich sie am liebsten hier drauf bauen. Hier so. Hier. Da. Und dort. Und die dann verbinden. Und oben halt so ein Laubdach nochmal. Das hört sich fast vernünftiger an. Blub, blub, blub. Blub, blub. Ich muss... Ich muss sowieso hier noch um eines raus. Fürchte ich. Sollte ich aber nicht, ne. Hm. Naja. Ich würde mal sagen... Ich gehe wieder runter. Tap, tap, tap. Huch. Tap, tap. Was haben wir da? Ohne Schere. Okay, die geht noch nicht. Ähm... Äh... Ja. Da brauche ich die hier. Und das hier. Holz haben wir noch. Ist gut. Holz brauche ich recht viel. So. Dann machen wir hier mal... Unsere... Ich glaube, das reicht einmal. Ich will nicht zu viel bauen. So und 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 zack, zack. 24. Was habe ich gebaut? Ich habe Leitern gebaut. Ich bin so deppert. Ach, Gottchen. Ich muss doch die hier bauen. Meine Güte. Ja, ja. Zocki. Ich werde alt. Ich werde einfach alt. So, schau mal aus. Mann, ey. Wieder mal typisch. Epic fail. Epic fail. So, einer geht sich noch. Also zwei gehen sich noch aus. Mann, bin ich doof. Ja, so kann man sich auch... Äh... So kann man auch Mist machen. So. 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 Und so. Vielleicht noch. Das müsste reichen. So. Einer geht... Also zwei Stück gehen noch. So, passt. Das muss jetzt reichen. Super verhaut. Echt. Entschuldigung. Entschuldigung. Filmers... Ich bitte Filmers um Entschuldigung. Na, würdest du jetzt bitte rauf gehen? Danke. So. Was ich hier dann noch machen möchte, ist natürlich der Boden. Der Boden kommt natürlich zuerst. Das heißt... Eins. Zwei. Dann... Mhm. Merke ich gerade, dass das hier so... Nicht ganz gut hinhauen wird. So. Zack. 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 Zack, zack, zack. 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 Und zack. Und zack. 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 Nein. Nicht so. Pfui. Pfui, pfi, pfi. So. So. Und so. Und so. Und zack. hier noch, so, so und so, weil dann habe ich nämlich gleich die Garantie, das ist eigentlich sehr gut, dass ich Leitern gebaut habe, dann habe ich hier nämlich, ach warte, den brauchen wir gar nicht mehr, oder wohl, wohl doch, den einen müssen wir, dann habe ich nämlich für mich selbst gleich wieder auch einen Boden hier, den brauche ich sowieso, so, dann machen wir 1, 2, 3, so, ein bisschen was, schauen, ob das reicht, zack, 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 so, nicht runter purzeln, zack, 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 natürlich reicht das nicht, so, nicht zu viel machen davon, wäre schade, ok, lol, nochmal 4, so, brauchen wir einfach nur 3, gut, dann würde ich sagen, hier tun wir noch einen rauf, damit es schöner ausschaut, und, äh, hm, hier dann einfach alles mit einem Zaun, und hier dann eine Säule hoch, das ist ein bisschen zu groß eigentlich, oder, da hätte es schon gereicht von hier, da, hier so, 1 weniger hätte gereicht, oder, weil es soll hier, wie gesagt, es wird hier oben nichts gelagert, gar nichts, und da wird es auch perfekt hier mit dem, ah, anschließen, das ist aber vielleicht auch nicht so schlau, wegen der Leiter, hm, ok, hier muss ich es fast lassen, warte, aber dafür kann ich trotzdem, das wird halt verdammt ungerade dann, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ich habe so etwas schief gebaut, mal angenommen, ich würde hier mit dem ein bisschen reinrücken, dann hätten wir 5, 5, dann wäre es auch schon schöner, oder, oder, warte, ich kann doch, hier will ich vielleicht nicht, da wäre es besser, warte, ich rücke hier ein Stückchen rein, oh mein Gott, ich habe überlänge gemacht, entschuldigung, verdammt, 40 Minuten fast, ok, wir beenden hier, ihr Lieben, es tut mir furchtbar leid, das ist das Bau, das Bauwesen bei mir hier, das ist ganz, ganz krass und schlimm, es tut mir so leid, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Erleiden meiner Fels, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal, Tschüssi!